Hallo ihr Leutelchen aus dem BHF. Ich habe ja vorher schon zwei Bilder reingestellt von allen meinen PCs und jetzt habe ich das ganze mal hier zusammengefrickelt als KVM. Es ist quasi Konfiguration. Und zwar habe ich hier mein Powermac G5 mit Dual 1,8 GHz. Und hier meine Corto Duo Gurke, eine Penzim 4 Gurke, für die ich Wärmeleitpaste benötige. Dann habe ich hier einen Drucker, dann mein Notebook, welches hier einfach rumsteht, sprich, falls ihr es mal brauchen solltet, das ist schneller wie mein Corto Duo Dings. Ich kann es einfach aufklappen und loslegen quasi. Und ansonsten schiebe ich es unter den Drucker. So, als nächstes haben wir hier mein Sink-Line, den ich als Home Server missbrauche. Hier ist eine externe Platte eingesteckt. Dann habe ich hier mein Blue Snowball und ein Mikrofon. Damit mache ich alle meine Screencasts. Microsoft Wireless, Tastatur, Terra-Maus, gehört zu der Gurke hier unten. Dann natürlich hier noch einiges Kabel, eine Festplatte, die hier im Home Server drin ist und mein Netzwerk-Switch. Und da ich hier das KVM und hier ein USB-Switch-Scheiß, in dem ich alles Mögliche reintun kann, was ich gerne an jedem Computer zur Verfügung haben möchte. Zum Beispiel ist da normalerweise das Mikrofon drin. Da der Power Mac damit aber Probleme hat, habe ich direkt den Power Mac reingestellt. Okay, ja, wie ihr seht, rendere ich hier gerade ein Video. Und jetzt gehen wir mal auf meinen Home Server. Tension. Hier ist es. Und dann auf meine Carte-Duo-Gurke. Ja, funktioniert richtig prächtig. Auch mit Sound und so. Das Coole an dem KVM ist, dass man getrennt Audio und Video schalten kann. Sprich, ich habe jetzt hier Tempest 2000 Soundtrack-CD. Boah, ist das Teilgeil? Ist das Teilgeil? Jetzt streiche ich mal einen Sound. Und jetzt habe ich nur den Bildschirm sowie Tasteton-Maus umgeschaltet. Audio allerdings bleibt auf dem Home-Server. Ja. Ja, so kann man doch auf einen Film warten, auf einen Computer, der schon acht Jahre alt ist. Jawoll! Das war's hier von mir, Winfreak. Und tschüss. Wir haben uns aber noch mal noch ein Problem. Erfahr ... Wir haben uns doch etwas, was wir haben. Wir haben eine Kompetenz. Wir haben die Kompetenz. Vielen Dank.